Zwei Ich bin herzlos fast Äh, herzlos ist doof Äh, toll Achso, ich brauch nur noch, stimmt, Lapis Und das Und tot Jetzt ernsthaft? Mhm Oh, warum? Ist ein Eventar rausgegangen? Und Vergessen, die Sprint hast du nochmal richtig zu drücken, oder? Tschüss Oh mein Gott Fuck Du bist auch nicht verpeilt oder so, ne? Nein Achso, Sophie, ist ja nicht verloren gegangen Sagt der so einfach Sagt der so einfach Es geht wirklich Nur ein paar Eisenspitzhacken Ein paar Eisenschaufen Ein paar Eisen Ein paar davon Ein paar davon Ein bisschen Erde ist mit runter Mit weggegangen Ein paar Stormwricks Oh mein Gott, das geht Meistens habe ich ja extra alles weggetan Dann geht's ja noch Alles gut Ja, sagst du so einfach alles gut, ey Und das ganze Holz, was ich gerade geholt hatte Zwei Das hat auch mit abgestürzt Ja toll 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 Ey Das war klar, dass das irgendwann wieder passiert Nummer 5 Noch ein Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon nicht Du hast dich nicht Ja, ich weiß Oh, zwei zu wenig Eins, zwei, drei Ah, jetzt habe ich ganz viel gemacht Toll Eins Zwei Zwei Da brauche ich erstmal nicht Ähm Ja Eins Was fehlt mir denn jetzt noch Ah, da unten Das fehlt mir Stealing Gods Yeah Ach ja, mein Essen ist auch mit abgestürzt Bei mir geht's Gott sei Dank Näh, 5 zu 0 Wuii Was 5 zu 0 Na, freu dich Ja, freu ich mich ja gerade so ein bisschen Äh Provisorsporn, Provisorsporn, Provisorsporn Bestimmt, ja Sicher Ach ja Wir nehmen den Planter Und den Harvester Ja Ja, Provisorsporn irgendwo hin Pfeffer Jetzt gehen mir die Mammutbäume doch auf den Sack da oben, ne Hm Wie macht das denn jetzt Der ist ja noch am arbeiten Ja, der dauert aber auch nicht mehr lange bis der fällt Dann ist der fertig Besonders wenn das so ein richtig großer Mammutbaum ist, ne Dann ist der arschig Hm Hm So, jetzt mal ernsthaft Äh Ja Eins, zwei Ich nehme einfach die ganzen mit Ich nehme die Warriors komplett mit Den Bläucher Ich hasse das, ne Äh, lass mich raten Leaf Bug Ja Buggyblätter Buggyblätter Ja Wenn du einfach nur zu schnell machst Ne Und nervig So Genau Ja, voll wie schnell die Aus Holz kaputt gehen Aus Holz kaputt gehen Scheren Die Scheren Die Blätter ab Bau die Blätter ab Hm Ja Chair Leafs Oh ja, ich weiß Geht ja Gott sei Dank Können wir mal nicht später mit Äh 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 Nein Ja Was produziert der nochmal? Sludge Beim abernten Sludge, ne Kannst du das nicht auch noch irgendwie produzieren? Oder so? Ich glaub ja Was konnte man mit Sludge machen? Ich glaub daraus konntest du auch noch was herstellen Sludge Weiß ich gar nicht Und dich vergiften War das nicht so? Es gab glaub ich nen Sludge Boiler Komm wo ist da? Da Sludge Boiler Details Ah Wo man das lange nicht mehr gemacht hat, ne? Mhm Konntest du den Sludge Boiler nehmen Da kannst du irgendwas Kannst du glaub ich Items rausbekommen Mhm Ich glaub ja Ja Den hatte ich doch, weißt du noch ähm Das Projekt wo du Botania gemacht hast und ich da diesen Tower ge hatte Ja, Monsterpac Wo er nachher übelst geleckt hat, der Server Das war das Monsterpac Ne, nicht das Monsterpac Ich glaub das Das war Ich glaub das Das war Ich weiß es gar nicht mehr Ich weiß es gar nicht mehr Ich war eins von den Größeren Ja Das braune Pack Ne Haar Stern Keine Ahnung Keine Ahnung mehr Oh Das ist doch viel zu lange her Mhm Ist es auch Nehmen wir davon Stick mit Ja 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 So ist es Na ja Sludge musstest du extra weg 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 pumpen Oder gar nicht Oder gar nicht Erst den geben wir abenden wir Wo du Schaden kriegst dann mal durch Sonst Ja gut Ha Jetzt mal ernsthaft Hm? Den Schaden habe ich sowieso Ja Den hast du sogar Stimmt Mal gucken wenn ich jetzt hier ein bisschen so Machen Alles klar Was denn? Plantdown Hover ist dein Kleinformat Ehrlich? Ah unten Funktioniert Okay Ja gut Das Kleinformat reicht ja auch erstmal ne Mhm Aber gleich die Strom produziert Die geht gleich erstmal ab Ja Ja Äh was brauche ich denn noch Kleinformat Zack 2, 3 Achja Der Flash Da ist schon Schaden Der Typ Was brauche ich denn da für In Okay Wie kriege ich Inver hin? Die überflüssigen Setzlinge die knallen ja auch rum Oder rein Nickel So Kappa 2 Stacks Stormbricks habe ich mit der hergestellt 1, 2 1, 2 Fressi 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 Geht das damit auch? Shit Shit Diesmal passiert es nicht noch mal Na warte mal ich kann das So War es echt lustig Tschüss Tin Hab ich doch keinen Nickel Muss ja bei dir im Semmi rüber kommen Bei mir das gehört uns ein Nein das hast du Hast du alles selber produziert Muss ich jetzt dieben Ja und? Ähm Hast du nicht das Problem? Du hast da sehr viel Zeit investiert Ja Für uns beide Was das Schneller geht Schnell schnell Komisch Humpelmann Neee Ich bin kein Appelmann Lass mich Doch Wie ging das denn nochmal? Ein Kackermann Immer Sevy Grint Ah du blöde K... Jetzt brauche ich ernsthaft Ein Iron Also ein Block Oder so ein Scheiß Keine Ahnung Kann ich dir nicht sagen Ja ich brauche jetzt entweder Ja ich brauche jetzt entweder Ja ich brauche einen Nickel Nickel Block Ja Und einen Eisen Block Nimm dir doch Ja muss ja gucken ob wir genug davon haben Von nem Zeug Also das ist sowieso Ja aber es darf kein fertiges Eisen sein Hä? Das passt schonmal Was meinst du? Es müssen diese Blöcke sein Also keine fertigen Blöcke Sondern Gravel und so ein Scheiß Okay Na davon habe ich nichts mehr Muss vorher stehen Du hast bisschen was drin ist Reicht auch nicht dafür Doch Hab grad einfach alles zusammen geworfen Okay Ey Mark Alter Hast du mich grad gehauen Was denn? Hm? Hast du mich grad gehauen? Ich weiß nicht Wieso sollte ich das machen? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß Ich weiß Wollen wir Klatsch Ja was bräuchte Och man das nervt mich gerade mit der Box hier Ah Ähm Ne So 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 Das war der Weichen Was bräuch ich denn da? da muss ich jetzt entsetzen du krieg da kein Ohr her ich weiß nicht man denn erz also reines erz noch was so ein pulverweiser kann das sein das nervt gerade ein bisschen dass es so komisch ist so komisch wie du ach da ist ein Skelett gespauert alles geleit wo will der denn sein Strom dann haben nein meine Fackern sind ja auch mit abgeschmissen hat ja keinen Strom auf hier na gut wofür haben wir den Charco hast du das wenn die Fack ist wenn du ne Kiste geöffnet hast und die immer noch offen steht das ist natürlich Kacka 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 Pipi Kacka Pipi in der Hose gerade gleich im Kacka Pipi Land Kacka Pipi Land ok da muss ich erst den anderen Trick machen hier äh scheiß wir brauchen ne Wrench Wrench? mhm da hab ich ne Kiste ok oh leck bei mir 3 Eisen und ein Ten 3 Eisen und ein Ten mhm Eisen wie ein Y und Ten dann davon in der Mitte ich weiß hab ich grad geguckt? hm? hab ich grad geguckt? ja und wie gesagt sonst hab ich auch eine in der Kiste dann ja ich brauch so viel vor allem hab immer eine mhm kann man ja ruhig gebrauchen ja klar ja oh ich sag's auch nicht ähm basic power die Solarpanel und ich hab neun Stück davon ehrlich? ja und deswegen brauch ich Pulverweißzeug damit ich gleich ne Größe, ne Hardit machen kann kannst du eben mit Penn gehen? wieso? wo bist du? weil du bist da hinten ne? ja soll ich das Bett vorbei bringen? geh ich schlafen ok weil ich brauch jetzt grade Strom damit ich Pulverweiß machen kann weil ich Pulverweiß brauch für ihn war ja kann ich? ja ja klar ganz viel und deswegen muss dieser scheiß Blast für das fertig werden damit ich Steal kriege sag ja kaum so Maschinen übertreibt der Glieder ja nischt doch ne ne disabled kannst du doch jetzt machen oder nicht? ach du hast noch nicht genug Strom stimmt wie brauchst du denn? PowerProtect 40 wie brauchst du denn pro Wert? voll einmal? ah ich wills nicht hoffen blö 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 ah ich hab's grad ich hab's einfach so ein bisschen grad übertrieben du übertreibst es immer du übertreibst es immer nein 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 nicht wenns um Maschinen geht nein nein guck so Evangelion wir hören